Hallo und herzlich Willkommen zurück zu The Sims 4 Gut, Swiggy, liebe Freunde, wir sind wieder zurück in der Waldzuflucht, Waldzuflucht, Waldzuflucht Ja, wir sind wieder zurück, liebe Freunde, noch im Urlaub und ja, wie ihr seht, Mary ist auf jeden Fall bereit Mary ist motiviert, sie hat Bock auf Urlaub und deswegen geht sie jetzt erstmal ins Bett denn sie ist sehr k.o., wie ich gerade sehe und ja, der Urlaub beendet ist hier gleich, der Urlaub beendet ist hier gleich super deutsch, dieser Urlaub dauert noch einen Tag, du kannst die Ferien am Telefon oder Computer verlängern indem du Urlaub verlängern willst, aber das machen wir nicht, weil wir wollen den Urlaub nicht verlängern wir wollen wieder zurück nach Mia und Macy Basie, die vermissen wir nämlich schon ganz doll und natürlich natürlich auch Jill, das wollen wir natürlich nicht vergessen und ja, Dominik, der könnte sich rein theoretisch auch nochmal kurz mit hinlegen ey, der will schon wieder Hufeisenwerfen spielen, was ist eigentlich mit dem? Hufeisenwerfen sei ein neues Hobby, ey so und dann habe ich euch ja in den Kommentaren gefragt, was ihr davon haltet, wenn Mary jetzt nochmal schwanger werden würde und schwanger heiraten würde und da habt ihr mir zahlreich in die Kommentare geschrieben dass ihr euch wünscht, dass lieber Macy Basie und Mia noch ein Kind bekommen, sobald Mason auch ein Vampir ist und ihr habt recht, Kinder, das ist der viel bessere Plan, denn das machen wir auf jeden Fall das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee da ist jemand wach geworden, guten Tag er muss auch direkt aufs Klo, das ist schön, dass er auch direkt freiwillig geht, das finde ich wunderbar versuchen aufs Töpfchen zu gehen, klasse so und, ähm, hier losrennt, so süß auf jeden Fall, ähm, ist das eine sehr, sehr gute Idee wir machen das mit Mia und Macy Basie ich will nämlich auch lieber ein Vampir-Baby, habt da vollkommen recht und so machen wir das auch dann heiratet Dominik einfach nur so mit Mary und das ist auch gut so, denn das ist ja die zweite Hochzeit, ne äh, wie ich die Hochzeit gestalten werde, das weiß ich noch nicht so ganz äh, da könnt ihr euch einfach mal überraschen lassen außerdem habt ihr, äh, mich gefragt, ob wir mal wieder ein Umstyling machen können von der Girls-WG das können wir natürlich sehr gerne mal wieder machen da bin ich auch auf jeden Fall mal wieder für ähm, da müssen wir dann mal schauen es gibt nämlich so unglaublich schöne neue Klamotten die müssen wir unbedingt anziehen und auch frisurentechnisch müssen wir noch ein bisschen was ändern und, äh, das würde ich dann aber ganz gerne machen wenn die Kinder hier zu Kleinkindern werden und das würde ich gerne einen Tag vor der Hochzeit machen damit die, äh, Kinder dann Kinder sind, ne, damit sie nicht so klein sind also einen Tag vor der Hochzeit würde ich vorschlagen lassen wir Liam und Sarah altern und da bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gespannt drauf auf die beiden, wie die dann aussehen werden und da können wir die nämlich auch direkt mit umstylen vielleicht machen wir es auch zwei Tage vor der Hochzeit da machen wir am, äh, Tag vor der Hochzeit noch das Umstyling und dann die Hochzeit das würde ich vielleicht eventuell auch ganz gut finden da können wir dann auch vielleicht ein bisschen noch zusammen das Hochzeitskleid aussuchen oder so, da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben da werde ich wahrscheinlich auch CCs für runterladen also, äh, falls ihr gute, ähm, Hochzeitskleider habt und, also als CC runtergeladen dann könnt ihr mir das gerne schreiben per Direktnachricht oder so bei Twitter oder Instagram, wie auch immer die Links dazu findet ihr unten in der Infobox da könnt ihr mir gerne, äh, dann die Links schicken und, äh, mir schreiben, wo ich das runterladen kann oder wo ich mir das mal angucken kann denn das würde ich sehr gerne, ne, weil diese normalen Kleider sind einfach naja, ne, die sind halt nicht so so geil ich würde schon gerne was Geiles haben wie ich ihn hier die ganze Zeit beobachte wie er durch die Gegend rennt, finde ich total niedlich ich glaube, er hat sich was zu essen genommen das ist auch gut, so hat er? ja, hat er, er hat sich was zu essen genommen geschwärzter Barsch sehr schön, sehr schön also läuft, Freunde wir fahren jetzt gleich nach Hause und, äh, das finde ich sehr gut das machen wir auch so also, zwei Tage vorher lassen wir die Kinder altern Moment, welche Folge ist das jetzt? 95, ne, 195 da würde ich sagen 196, 197 lassen wir die beiden altern und dann werden wir die Hochzeit feiern beziehungsweise danach werden wir das Umstyling machen und dann werden wir die Hochzeit feiern und da freue ich mich schon sehr drauf das wird bestimmt sehr, sehr schön 200 Folgen Girls-VG man kann es kaum glauben, ne wenn man das jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lässt man kann sich ja mal wir können es ja einfach mal so spaßhalber ein bisschen mal die Stammbäume angucken und so denn mittlerweile sind wir ja schon ach, guck mal, Mia ist einfach unendlich lebend ich finde das so schön mittlerweile haben wir uns ja schon ein bisschen, ähm ne, weiterentwickelt also wir sind mittlerweile ja Mia und Mason sind schon Oma und Opa, ne das ist ja echt krass da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht tatsächlich sind sie schon Oma und Opa also wir haben Liam wir haben Jill und wir haben Alessia der ist jetzt unsere erste Tochter danach kam Jill danach kam Liam und, äh, ja Ben Booker ist unser erster Enkel ne, das finde ich schon sehr schön also wir haben schon ein kleines Stammbäumchen äh, am liebsten hätte ich es noch gehabt wenn, na, obwohl, ne verwandt mit Mia wäre vielleicht auch ist irgendwie auch doof sind ja Freundinnen mehr oder weniger deswegen finde ich das vielleicht gar nicht so schlecht dass es so ist und dann gucken wir direkt mal bei Mia mit rein ach Quatsch, bei Mary und, äh, ja da haben wir ein paar mehr Kinder da haben wir Celine das war die erste dann kam Nick und Lara das waren Zwillinge tatsächlich und dann unsere süße Sarah und auch hier sind wir schon zweimal Oma und Opa sogar mit Dominic warum ist Dominic hier nicht drauf? hä, warum ist ein Dominic hier nicht drauf? ach, weil wir jetzt geschieden sind wahrscheinlich, ne das ist ja auch doof, ne warum wird denn der dann nicht mehr angezeigt? der kann doch dann hier so durchgekreuzt so, x x-Partner ne, auf jeden Fall, ähm sind wir auch schon zweimal Oma von Jake und von Sue Sullivan also es ist schon unsere Familie wird schon größer der Stammbaum der Götzwege wächst und, äh, ja ich hab vor die echt lange zu spielen also, äh, ich würde das schon richtig geil finden wenn wir irgendwann mal so einen megagroßen Stammbaum haben und die auch wirklich irgendwann alt werden und das ist schon in 46 Tagen bei Dominic so bei Mary ist es schon in 52 Tagen soweit ich glaub Mia ist die älteste aber die altert ja nicht mehr die ist ja jetzt ein Vampir die bleibt ja wie sie ist und Maisy, Maisy den werden wir auch noch zum Vampir machen also der bleibt ja auch wie er ist ja gut, Jill wird dann nur noch, äh, erwachsen, ne aber ansonsten, ähm ja, würde ich die auch gerne irgendwann Oma und Opa werden lassen so richtig alt und dann mal schauen wie das so wird also heute ist echt so ein bisschen, ne Info nochmal entspannen so vor den letzten Tagen die letzten Parts vor den 200er Part und, ähm ja irgendwie ist es schon krass, ne wir haben die Götzwege echt schon sehr lange gespielt und schon sehr intensiv Maisy, Maisy muss in ca. einer Stunde bei der Arbeit sein das ist sehr schön ich glaube wir fallen jetzt auch gleich nach Hause ich weiß nicht genau wann es los geht ich bin gerade am warten aber anscheinend scheint es noch nicht nach Hause zu gehen vielleicht sollen wir einfach vielleicht selbstständig nach Hause fahren komm, wir fahren einfach selbstständig nach Hause, oder? können wir das überhaupt? ne, können wir nicht können wir nicht den Urlaub beenden? klar, wir müssten auch nur den Urlaub beenden können, oder? zu gemeinsamen Urlaub einladen ma, so lange ist es ja nicht mehr, oder? kann man nicht noch mehr anklicken? hör mal auf zu schlafen Sarah ist sehr hungrig oh, oh, Sarah ist sehr hungrig das ist schlecht ähm Sarah steh doch mal bitte auf dem Bett aus und geh mal bitte runter und hol dir mal hier ein Gericht das wäre ganz fein von dir wenn du das machen würdest und, äh, ja hab ich sie jetzt angerufen und eingeladen? ich weiß es gar nicht so genau ich glaube nicht, oder? absitzen ne, du sollst sie jetzt nicht absitzen lass sie jetzt mal selber machen ach, jetzt ist das natürlich beides schlecht geworden war ja jetzt klar warte ja, dann muss Mary nochmal eben was kochen Mary bitte, äh mach ein Frühstück für uns und zwar äh ein Omelette machen wir mal ein Omelette ich mag persönlich nicht so gerne Omelette ich weiß nicht, wie das bei euch ist aber ich bin nicht so der Omelette-Fan also wenn, dann lieber ein Rührei oder ein Spiegelei aber Omelette ist jetzt ist jetzt nicht nur mein Ding muss ich sagen aber vielleicht ist ja Marys Ding oder Dominics Ding oder irgendjemand in seinem Ding oh, Regenew manchmal würde ich ja gerne verstehen, was die da sagen, ne aber sie ist echt schon voll der Pro, ne sie ist voll die gute Köchin fähigkeitenmäßig was hat die da eigentlich so auf dem Kasten da ist die glaube ich nur Level 10 Gartenarbeit tatsächlich und kochen wie weit sind wir da in der Feinschmecker-Fähigkeit das weiß ich gar nicht Feinschmecker, Feinschmecker, Feinschmecker Koch Level 3 da sollten wir vielleicht auch nochmal dran arbeiten was regst du denn hier so auf? was ist das hier für ein künstlicher Wutausbruch? Kommunikation möchte kommunizieren warte mal Dominik, der kann jetzt mal aufstehen der kann mal hier den Liam in baden das müsste mal getan werden das wäre ganz schön aber warte mal wir klicken hier direkt auf die Badewanne ich glaube das äh ich glaube das ist am einfachsten ähm Baden Liam und äh Sarah ich weiß gar nicht was mit ihr ist die hat immer noch Hunger jetzt hat sie sich wieder aufs Bett gesetzt ist die doof? ach so ja stimmt es gab ja hier unten nichts Entschuldigung ich hab nichts gesagt komm nochmal hier hin und dann kannst du nämlich gleich dir was zu essen nehmen sobald das hier fertig ist ah guck mal ist sogar fertig super dann nimm dir mal ein Omelette Sarah ist doch kein Omelette das ist hingekackt und hingeschissen würde ich sagen so sie kommt sie kommt sie ist auf dem Weg zur Verhungerung aber sie kommt und äh ja Dominik wäscht jetzt Liam glaube ich ich glaube das funktioniert sprechen 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 oh oh sollst du denn baden? los los macht er es jetzt? ja ich glaube er macht es jetzt sehr gut so dann wird der nämlich auch gebadet äh kann man jemand hier den Müll entfernen ist irgendwie sehr ekelhaft dankeschön dankeschön sag ich zu mir selbst weil ich ich mach es natürlich wieder so warum warum sind hier eigentlich drei dunkle Stühle und ein heller das weiß ich auch nicht so genau ne was habt ihr euch dabei gedacht ich weiß es nicht so du nimmst den Omelette finde ich sehr schön weißt du was ich auch nicht verstehe warum können die Kinder eigentlich auf diesen wie sie rennen das sieht so süß aus wieso können die Kinder sich hier hinsetzen aber nicht dahin sagt mir bitte den Sinn wieso geht das nicht diese Bewegung kann sie exakt auch auf diesem Stuhl machen und sich auch dahin setzen aber das scheint unmöglich zu sein deswegen ist in Ordnung lassen wir es einfach so so Dominik hat auch ein Hüngerchen der kann sich dann gleich auch ein Gericht nehmen ich weiß nicht wie das dann hier mit dir aussieht du brauchst Spaß und hast Hunger und bist auch ein bisschen müde und bist jetzt auch gerade wütend und traurig du hast anscheinend Gefühls- oder Stimmungsschwankungen ich weiß es nicht so genau so du musst auf jeden Fall Pipi das kannst du auch direkt mal machen dann geh mal hier drauf geh mal verwenden ich weiß nicht wir haben glaube ich heute noch den ganzen Tag hier im Urlaub deswegen genießen wir den einfach und nehmen den Urlaub noch mit den wir ja haben Hauptsache sie knuddelt ihn und er so nein nein weißt du er vermisst deine Mami die soll mal hier hinkommen die olle Truller zum gemeinsamen Urlaub einladen warum kann ich sie nicht einladen wo ist sie überhaupt hä warum kann ich sie überhaupt nicht einladen ich hab sie noch nicht mal hier in der Liste drin noch nicht mal Maisy Baisy planen wir einfach mal Celine ein alter hab ich mich jetzt erschrocken in der Stadt findet ein Flohmarkt statt wow das muss erstmal voll angekündigt werden mit eigenen Jingle es ist ein Flohmarkt oh yeah weißt du als ob das irgendwas super geiles wäre der Flohmarkt ey guck mal jetzt hab ich das schon wieder und jetzt geht es irgendwie wieder nicht ich hab sie jetzt eingeladen aber irgendwie kommt sie nicht oder klingelt sie dann ich glaube nicht oder wer kommt da wer ist es es wäre der Pidobär nein es ist Allison Samantha da ist der Pidobär ha erwischt aber was ist eigentlich mit dem können wir uns mal mit dem anfreunden reicht mir jetzt ich will mich mit dem nee ich will mich nicht mit dem anfreunden ich will den verprügeln komm wir verprügeln jetzt wir stellen uns direkt mal Mary stellt sich direkt mal grob vor Mary macht es jetzt klar jetzt bin ich gespannt komm Mary Mary ach ne herrlich wisst ihr noch wo Mary so dünn war allgemein die ganze Zeit die wir mit der Girls-WG was wir mit denen schon alles erlebt haben ne Mary war mal ultra dünn wisst ihr das noch ganz am Anfang hatte sie ungefähr auch diese Figur vielleicht sogar ein bisschen mehr und dann wurde sie ultra dünn und dann ist sie wieder ein bisschen hat sie wieder ein bisschen zugenommen das fanden wir auch alle gut ne da hatten wir zwischendurch hatten wir mal so ein paar Gewichtsprobleme ne auch bei mir also äh zwischendurch äh war es ganz komisch aber die haben ja auch Kinder gekriegt das finde ich schon echt cool gemacht ne auch dass die dann zunehmen und so Höh Simeira hör vor jemand kommt zu dir und macht dich direkt so dumm von der Seite alle Höh Simeira beleidigen ich will mich einfach nur mit dem wir haben noch vier Stunden wir haben noch vier Stunden Zeit uns mit dem Pädobäern zu prügeln jetzt oder nie Freunde das ist unsere Chance so äh warte mal wir müssen uns jetzt hier alles an Gemeinheiten über anderen Sim lästern Honda oder Hoda oder wie auch immer heißt anbrüllen. Beleidigen. Beleidigen. Wir beleidigen einfach die ganze Zeit. Das hilft immer. Beleidigungen helfen da an dieser Stelle immer, wenn man mit jemandem streiten möchte. Karbedahi! Beleidigen. Ah nein, jetzt habe ich ihn weggescheucht. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Stopp! Melanie! Jemand ruft ihn wieder so, weil es ist total bescheuert. Dieser Pädobär, alter. Der ist einfach nur gruselig. Guck wie das aussieht. Sieht einfach falsch aus. Könnt ihr euch jetzt bitte prügeln? Ähm, Hauptsache da war die Aktion flirten. Weißt du, das ist in Ordnung. Andeuten Mutter seinen Laber. Ich glaube eher, seine Mutter war ein Bär. Nimm Borf. Nimm das. So, warte mal. Über Outfit spotten. Ja, aber jetzt Freunde, mal bitte. Das ist ja auch wohl zu Recht. Verspotten. Der läuft die ganze Zeit in so einem Pädod... ...Dingen hier rum. Weißt du? Und wundert sich dann. Ringen. Was ist denn Ringen? Das war voll peinlich. Passiert er noch auf? Boah, alter, alter. Heißt das jetzt nicht mal kämpfen? Heißt das jetzt ringen? Alter, ich muss Fotos machen. Das ist so lustig. Jawohl, wir haben ihn besiegt. Blöder Arsch. Hauptsache verspielt. Er ist verspielt. Siehst du, was ich meine? Er ist ein bisschen... Das ist doch ekelig. Ist das schon pervers, weißt du? Wir ringen mit ihm und er ist verspielt? Warum? Ich will mich nochmal mit ihm prügeln. Ich will ihn nochmal fertig machen. Alter. Wie geil das immer aussieht einfach. Ich finde das so geil. Ich feier das so. Ach nee. Scheiße, er hat gewonnen. Ach Arschloch. Komm, wir gehen. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Hä? Hä? Was ist hier los zum Teufel? Warum haben alle Pädobären... Pädopanda-Bären-Outfit hier an? Hier ist alles voll mit Bären. Das ist ja nicht mal feierlich. Ist ja schon eher gesagt gruselig. Er will mich auch erstmal in die Sonne legen. Hör mal. Was ist hier nur los? Was ist das hier für eine komische Veranstaltung? Und er ist angespannt und er ist verspielt. Ich finde alles irgendwie nicht mehr normal. Ach, das Erika. Läuft. Läuft. Hör mal, Freunde. Wir müssen aus diesem Urlaub verschwinden. Hier sind nur ganz, ganz komische Leute. Ich weiß nicht genau, was mit den Leuten los ist, aber... Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Es ist sehr, sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Ich habe so viele Fotos gemacht, Leute, von diesen Pädobären. Ach, nee. Herrlich. Ich frage mich, was die immer hier machen. Die verfolgen uns ja schon förmlich. Und das Schlimme ist, jetzt war da auch noch ein Zweiter. Wie gruselig ist das bitte? Was stand da gerade? Da stand gerade irgendwas. Irgendwas mit den Pädobären. Ich habe es gesehen. Mirko und Mary verabscheuen sich jetzt. Aha, okay. Ich wollte schon sagen. Nicht, dass da irgendwas anderes steht, von dem ich nichts weiß. Ja, liebe Freunde, was soll ich sagen? Wir haben alles erlebt heute wieder in dieser Folge. Wir haben uns wieder mit Bären geprügelt. Und dann kam auch noch ein Zweiter hinzu. Also es war ganz schön gruselig. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Vergesst das nicht. Dann tut es doch, Freunde. Tut euch selbst einen Gefallen und bereichert euer Leben mit meinen Let's Plays. Wenn ihr die Face kam jetzt an, würdet ihr mich jetzt grinsen sehen. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. Und ich sage bis demnächst. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! matrião gradine! Vielen Dank.